Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Bastion. So, da ich mir ja eben kläglich gescheitert bin im Versuch die Festung hier einzunehmen, ähm, ja, muss ich nun leider alles wieder von vorne machen. Was aber hoffentlich nicht so das Problem werden wird. Ich hoffe mal, diesmal stelle ich mich klüger an als beim letzten Mal. Immerhin habe ich wieder all meine Heiltränke. Und ich hoffe, ich sterbe diesmal nicht so früh wie beim letzten Mal. Feilige Scheiße, wie geht's aber auch ab? Boah, bloß weg hier. Einfach grünenlaufen ist, glaube ich, die einkaufsende Methode. Mein Gott hier, das ist aber auch anstrengend. Gib her, die Moskete! Something, die Windbags einfach nicht anhandeln. Something, die ein bisschen durchschnittlich durch ihre grüßen Augen hübschen. Gib sie jetzt mal dicker aufs Gesicht. Für Windbeutel ist hier jetzt nichts mehr zu holen. Hoffentlich. Windbags sind viel anders als normaler Leute. Alles, was sie wollen, ist ein warmes Ort, um zu bleiben. Und das ist mir. Ich hoffe, ich komme gleich nochmal zu der Waffenkammer, damit ich meine Spezialfähigkeit auswählen kann. Die Kalamide fiel auf die Windbag's Top-Side. Viele von ihnen sind hier in diesem fachlichen Fort. Ach, das ist schon, wenn wir zwei. Ah, doch, hier geht's ja auch weiter. Okay, dann gehe ich nochmal kurz nach unten und schaue, ob ich nicht irgendwas vergessen habe, weil ich mich gerade nicht mehr erinnere, was hier war. Ach, gar nichts. Okay, aber... Ah, doch, ein paar Fragmente. Hat sich ja doch gelohnt. Dann schnell hier hoch. Und auch das Ding hier, zack. Zack. Oh, jetzt kommt die Gegend hier aus. Wir los, schnell durch hier. Und vor allem schnell hier rein. Und eine Spezialfähigkeit auswählen. Aber die Kinder sicher können. Und zwar, den Wirbelwind. So, damit geht's hier doch wohl schon leichter. Wie kann ich mal meinen. Und der Keder. Der Gann. Also diese Dinger sind echt richtig nervig, weil die machen sich jetzt hier schon. So many of the, I'm sorry, things hold up inside that hole for it. Not a scratch on him, as he presses on the higher ground. Oh, oh, jetzt geht's hier wieder los mit diesem kleinen Geräusch. So. Ijojoj. Das mit dem Busreichen ist hier auch gar nicht mal so leicht. Oder mit dem Block. Ah, da ist wieder ein Tunnel drauf. Und noch ein Fläschchen. Okay, hier laufe ich jetzt mal aber einfach durch. Eieiei. Und mich wie beim letzten Mal stundenlang damit aufhalten. Was im Endeffekt gar nichts gebracht hat. So. Locken und töten. Die Kontroangriffe sind echt verdammt praktisch. So. Und hier muss ich jetzt wirklich Gas geben. Dem Bischögen. Weil ich mein kleiner. Jawoll. Und hier ist ein Getränk. Hauptsache ich bin. Ah, da ist auch wieder ein Getränk. Wo muss ich denn bleiben? Boah. No. Oh, dann brauchen wir das mal wieder. Oh. Oh, dann brauchen wir die Fläschchen. Oh, dann brauchen wir diese Fläschchen. Eieiei, die machen aber auch Schaden und das sind viele! Diese Dinger haben ja schon nicht gerichtet, oder? So, das sieht aber auch aus. Oh, ich hab ein Level-Up gehabt! Stimmt ja sowas, ich sehe ja auch! Stirb ein kleines komisches Viech! Ach, hier ist so eine Maschine! Ich wundere mich, dass halt die Dinger herkommen! Oh, scharf! Fragmente, Fragmente, Fragmente! Lauter Fragmente! Alle einsammeln! Alles meins! Das war eine schwere Geburt, ey! Mein Gott! Die machen es einem aber auch wirklich nicht leicht hier! Hektisch ohne Ende! Das ist ja auch schon mal was wert! Das ist ja auch schon mal was wert! Das ist ja auch schon mal was wert! Und dann fall ich doch runter! Kaum sag ich's eben schon, flieg ich wieder mal aufs Maul! Und hier ist der Skyway! Damit haben wir es wohl geschafft! Jetzt ist ja nichts mehr für niemanden, nach dem Cinderbrick-Fort! Na ja, wir haben hier auch nicht viel übrig gelassen! Das stimmt wohl! Die Blechmuskete ist im Nahkampf besonders effektiv und kann Feinde in die Luft schleudern! Wirklich! Das hat sie eben aber nicht gemacht! Der Kind kommt einfach so, wie Zulf erzählt mir, über seine eigene Reise in die Stadt! Es scheint, dass die einzige Sache, die der Kalamitie für Zulf geschaffen hat, war eine Schmerzweifel! Puh! Dort ist nicht viel! Der Schmerz! Die einzige gute Sache, die aus dem Schmerz gekommen ist, ist die Geschichte! Der Schmerz! Der Schmerz! Der Schmerz! Der Schmerz! Der Schmerz! Okay, bevor ich die aber spiele, die Vergangenheit, mache ich einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder!